Heldung, Macht! Alle wohl auf? Gut, dann... Ein kleines bisschen mehr! Es gibt mehr zu bekämpfen! Ein guter Start, aber es sind noch viele Sektionen. Jetzt kommt der Kaffelmann! Ah, scheiß auf das moderne Zeug! Gut! Nachlass! Nachlass! Ausgezeichnet! Das sind fast alle! Das war der letzte! Geh zur angezeigten Kanzel für mehr Ausrüstung! Wie geht's deinem Bankkonto? Das muss ziemlich fett sein! Ich kann auch etwas sehen! Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung! Pfeffer? Fühl mich wieder prima! Danke! Sind alle unversehrt? Geht so, danke! Letzte Chance, Leute! Feinde geortet! Die Zeit ist um! Die Zeit ist um! Geht und tötet mehr Zets! Lasst euch von dieser Ruhepause nicht täuschen! Die Zeit ist um! Neues Magazin! Ich hab dich weg. Ich muss nachlassen. Neues Magazin. Wir haben eine Schuhe zu besetzen. Arbeitend noch einig. Gott, wir sind verspunden. Gott, wir sind verspunden. Gott, wir sind verspunden. Erledigt die letzten Prozesse. Dann kann ich die Händlerkampf für euch öffnen. Guter Schuss, Kumpi. Perfekt. Die Kapsel ist wieder offen. Rüsten wir euch aus. Hey, los jetzt. Du hast da draußen das meiste Geld verdient. Hervorragend. Der Kampf ist nicht vorbei. Seid vorsichtig. Wie geht es allen? Alle noch unversichert? So gut wie neu. Schon besser. Mal schnell kumpeln. Für mich gibt's keine Blutwurst mehr. Äh. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Noch Bestien zu suchen. Wo bleibt die Action? Ich muss etwas Geld verdienen. Die Zeit ist fast um. Trefft eure Wahl. Ich wünschte... Ich wünschte, das würde mich immer noch anbiedern. Die Zeit ist fast um. Wied. So, Teki. Schön. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Gibt's keine Zweifel. Mein Nachtsichtgerät wäre hier draußen wohl nicht verkehrt. Passt auf. Hier draußen ist kein Licht. Verdammt. Trainer Schuss. Der Start. Jetzt beende den Auftrag. Alle. beim durchsuchen. Ich versuche es einen 부분 für Magnus. Ich versuche es einen Ratschlag. Ich versuche es einen Ratschlag. Ich versuche es einen Ratschlag. In das memorize ist ein Ratschlag. Das sind fast alle. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Du bist offiziell arm. Ich gebe dir einen Tipp. Verdiene mehr. Ist jemand kurz vor dem Tod? Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Besser? Mir geht es klasse. Danke. Ich schätze, etwas Bargeld verwachsen könnte nicht sein. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Besser? So gut wie neu. SA-80. Gute britische Qualität. Beeilung. Die Sets kommen näher. Haben wir alle genügend Munitionsvorräte? Ich habe noch genug übrig. Danke. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Hey, halt still! Verdammt. Es ist dunkel. Bitte. Neues Magazin. Neues Magazin. Noch ein Platz für den Demo. Okay. Ich muss nachladen. Wechsel das Magazin. Wechsel das Magazin. Der ist ein paar Start. Aber es sind noch viele Sets übrig. Seine Das war's. Dann kann ich die Händler-Kapsel für euch öffnen. Bom, kommt zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. 80 gute britische Qualität. Du bist ein richtiger Überlebenskünstler. Sehr gut. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Ich bin startklar. Ich werde dich heilen. Viel besser. Danke. Wie fühlt es sich jetzt an? Meine Wunden sind da. Besser? Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Und ich dachte, in Schottland würde es halten werden. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. Gut. Die Zeit ist fast um. Wied. Auftrag erledigt. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Misami. Die Zeit ist fast um. Ich kann ihn sehen. Gerade noch. Legner kann auch schießen. Kein schlechter Anfang. Das war aber noch ein Problem. Achtung. Sie sind an dieser Tür. Ich muss nachbleiben. Ich muss nachladen. Neues Magazin. Machen wir sie jetzt weiter so. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kapsel wieder öffnen. Erdeckung. Weiter so. Bis dann. Das war der letzte. Geh zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Du bist unversehrt. Das ist großartig. Weiter so. Hast du deine Munition überprüft? Ach, ja. Das dachte ich mir. Besser? Ich bin fit wie ein Turnschuh. Tödlicher Sonnenauf. Hol dir eine ordentliche Ausrüstung. Ich schwimme verdammt nochmal in Geld. Hat jemand Kohle übrig? Setz geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Hier ist Geld. Schön, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Das nehme ich gerne an. Danke. Danke, Kumpel. Beeilung. Die Sets kommen näher. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Verdammt. Draußen ist es dunkel. Geht und kämpft. Ja. Verstehen wir auch. Geh ich zu. Geht ihn, Du bist! Geht ihn, kaft ihn! Geh, ich bin." Geh, ich bin. Geht ihn jetzt. Er hat ihnen Schicksal besetzt, aber es sind noch einige. Neues Magazin! Wechsle das Magazin! Achtung, Vortrag! Wir wohnen gleich! Du kranker Bastard! Was soll mit der Ruhe? Ich muss nachladen! Ich werde mich zweimal töten! Ich muss nachladen! 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 Gehe Verletzen! Ich bin Skyarm! Ich bin Skyarm! Aufpassen! Kettensäge! Heißer Schwan ist fast erledigt. Gute Arbeit. Wir können die Händler-Kapsel bald wieder erfolgen. Abbewegung! Der Knacker kann auch schießen. Guter Schuss, Kumpel. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Ihr habt gute Arbeit geleistet und alle haben überlebt. Ah! Öffne das Handelsmittel und verbessere deine Ausrüstung. Der ganzen Welt aufnehmen. Neues Magazin. Hat wer Geld? Steht still oder stirbt. Okay. Viel besser. Ich kaufe dich. Weißt du was selbst nehmen? Kaputte Panzerung. Reparier sie. Die Zeit ist fast um. Wiet. Nimm mir hier draußen den Arsch ab. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Es ist dunkel. Aufpassen! Ja. So. Helm. Da ist er! Ich muss nachsagen. Das ist wie eine Impfung. Das ist wie eine Impfung. Ein guter Stand. Aber es sind noch viele Sets übrig. Ich kann es nicht mehr so sagen. Und dann kann es nicht mehr so sein. Es ist wirklich so klein. Weg rein das Magazin. Wir haben es nicht mehr! Alle haben dich! Zieh rein, du Idiot! Kampsel! 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 Alle hämmlicher Partner! Und lanter! Weiter! Wenn wir planlich sein, kann ich die Händler-Kampsel wieder öffnen. Zweimal töten! Wow, verdammt du! Kacki! Kampsel! Wer ist das? Der Heimlich! Kampsel! Das war der letzte. Geh zur angezeigten Kanzel für mehr Ausrüstung. Hey, du Geldsack. Vergiss nicht, das Geld anzulegen. Wie geht es allen? Mir geht's gut. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Positionsprüfung, Leute. Ich habe mehr als genug. Die Zeit ist fast um. Trefft eure Wahl. Ist jetzt besser? Meine Wunden sind geheilt. Viel besser. Viel besser. Danke. Ich teile mein Geld. Ah, damit wurde der... Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Ich kann kaum etwas sehen. Geht mir Deckung. Ich lade nach. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Misami. Niemand stirbt heute. Verstanden? Na, stimmt. Ach, wir sind fast! Ich bin nicht für das Magazin! Entfernung! Ich bin nicht für mich! Ha 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 Ha! Kein schlechter Anpass. Das war aber nur zu tun. Wunder, das war für mich. Wunder. Ich habe die Ziele aufgelacht. Ich werde die Ziele aufgelacht. Gehen! Scheiße! Du hast keine Chance. Die Händler-Kapsel wird bald wieder öffnen. Dieser schwarze Händler-Kapsel wird bald wieder öffnen. Sehr gut. Das ist ein Künstlerkampf. Komm zu. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Gutes Zeug. Du hast da draußen das meiste Geld verdient. Hervorragend. Okay. Wir haben also kein Licht hier drin. Bleibt zusammen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Halte still. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Da bist du nicht alleine. Ich schließe die Kapsel gleich. Ich kann kaum etwas sehen. Ich kann kaum etwas sehen. Tödlicher Sonnenaube. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Gebt heraus. Gestein. Gebt wir raus. Guter Start. Jetzt beende den Auftrag. Allez. Achtung! Neckle das Magazin. Der Pfiff. Bleib fort. Immer schön mit der Ruhe. Wechsel das Magazin. Alter so. Du kranker Bastard. Sehr gut. Konzentration. Ausgezeichnet. Das sind fast alle. Ah, scheiße. Weg von mir. Ja. Der Knacker kann auch schießen. Neues Magazin. Das war der letzte. Geh zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Jeder Munition. Dein Überlebensinstinkt da draußen beeindruckt mich. Wurde der Westen eingenommen. Tod nützt du uns nichts. Fantastique. Danke. So gut wie neu. Richtig, richtig gut. Will mich wieder prima. Danke. Passt auf. Hier draußen ist kein Licht. Verdammt. Ja. Mir geht das klasse. Danke. Keine Idealbedingungen. Ich muss nachladen. Die Zeit ist fast um. Trefft eure Wahl. Beeilung. Die Sets kommen näher. Beeilung. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Verdammt. Geht rauf nicht. Kaum etwas mehr. Ein guter Start. Aber es sind noch viele Sets übrig. mit einer Schuss. Die Sets zu schaisen. Das ist nicht so schlimm. Neues Magazine. Das ist nicht so schlimm. Die Sets verabschätts. Das ist nicht so schlimm. Halt mich los! Schlag mir den Bastard! Jeeha, jetzt kommt der Cowboy! Let's come! Weiter so, wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kapsel wieder öffnen. Aber das muss einfach tun werden! Das ist ein Klassiker! Atom, break! It's not done! I'm out of the building! 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 Gib dein Geld klug aus! Es steht ein großer Kampf bevor! Du hast das meiste Geld verdient! Ich schätze, du gibst heute einen aus! Verdammt kühl hier! Hallo! Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. Richtige Waffe. Hol dir eine ordentliche Aus... Ich teile mein Geld. Besser? Waffe! Wer will sie? Viel besser. Danke. Danke. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Richtig, richtig gut. Richtige Waffe. Hässlich. Blut. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Ihr kommt hierher und macht diesen ganzen Lärm. Wie soll ich da arbeiten? Ihr müsst aufhören. Zu leben. Böse Krieger haben Angst vor einem alten Mann. Du. Ja, du. Bereit für den Tod? Sehen wir mal, wie mutig du bist. Unterwirf dich mir. Mal sehen, wie im Gast. Wo ist das denn? Was? Was? Oh, scheiße. Unterwirf dich. Unterwirf dich. Das war's für heute. Wir sind verherrlichte Reinigungskräfte, wenn man sehen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017